Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Hof Bergmann. Ja, wir haben ein neues Save-Game angefangen, da ja das Update rausgekommen ist wegen dem Patch. Und jetzt ist hier wieder das Haus dann mit den ganzen Animationen. Und ja, hier das ist neu und eigentlich ist bis auf das alles gleich. Nur halt damit das, dass der Patch ready ist. So, und jetzt haben wir das Problem, damit wir das Ganze wieder von vorne machen können. So, ja das muss ich noch schauen hier. Aber ja, so. Jetzt müssen wir erst einmal Unkraut entfernen. Ich habe natürlich das Volvo-Pack mit drauf genommen und noch ein paar andere Sachen. Hier das. Hier die Sachen da. Schöne Schmuckstücke. Popcat. Dann hier noch. Ein paar. Den hier. Huch, der ist aber schön. Ja. Dann hier noch was schöne Sachen. Hier, den da. Den fahre ich halt so stark. Ja. Ja. Und dann noch ein paar andere Sachen. Ähm. Ne. Ja. Ah, hier den Freisicht-Haube. Dann hier. Ja. Der hat halt echt Booms mit seinen Reifen. Ja. Dann hier nochmal von FBM, der mit dem Sound-Update. Und ja. So, jetzt müssen wir erst einmal ein Striegel kaufen. Denn das Unkraut ist wieder am Start. So. Unkraut entfernen. Kuba. Ha. Da. Wo ist denn hier? Striegel. Striegel. Nicht blind. Ah, hier. Den hier. Anhänger-Kupplung aus. Hat abschneiden. Ja, das bauen wir alles. Ah ja, haben wir ja kein Geld. Uff. Das mit dem Save-Game müssen wir noch fixen. Den können wir akzeptieren. Akzeptieren. Jetzt haben wir wieder Blödsinn gemacht. Mann. Aber das können wir. Ah, Mais ernten. Oder haben wir da auch nichts? Mann. Mann. Feld 5. Feld 5. der lenkrad ist natürlich auch wieder am start habe ich jetzt wieder alles eingestellt damit es wieder geschmeidig läuft das muss mir nur anklicken zack fahren wir gleich rüber fällt 5 natürlich rundum leuchten an und ab geht die luz gritts die die europa der hat dabei einen kräftigen sound runter machen weil sonst versteht man meine stimme ja in den aufnahmen so dann geht es weiter feld 5 fast So, meine lieben Freunde, das geht's natürlich wieder hier ans Arbeiten. So, dann schnappen wir uns den Kollegen hier. Den Drehschemel hängen wir ganz zum Schluss an, also zuerst die Starachse und dann, sagen wir mal, so, so, dala, jetzt hat sich wieder die Achse aufgemengt. So, die Allradlenkung des JZBs muss ich mir erst gewöhnen. So, und dann brettern wir los hier. So, auf geht's und umleuchten wir an und ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mit Lenkrad fahren soll, was ich jetzt gerade mache oder ob ich wieder mit Tassadour fahren soll, aber mit Tassadour finde ich nicht so cool. So, let's see. Schnell hier hinstellen. Dann sagt er ja, wenn er voll ist. So. So. Wie sieht es auf unseren Feldern auf? Was war das? 6. Wo ist Feld 6? Ah, das ist gleich nicht mein Händler. Zack, Zack. So, dann fahren wir zum nächsten Auftrag. Zack, Feld Nummer 6. Ah, jetzt sind wir falsch gefallen. Natürlich, natürlich wieder. Sorry, damit ich manchmal so fahre, als wie ich betrunken wäre. Aber das tut mir leid, dass ich auf den zweiten Bildschirm schaue. Okay. Kurz warten. So, zack, zack. Passt. Fangen wir hier an. So, X für aufklappen. Karte können wir schließen. Dann können wir hier was machen. Curseplay. Zack, zack. Geht's wieder her. So, Feld Nummer 6. 20 Minuten braucht er hier. Schnell speichern kurz. So, dann schauen wir mal. Was der jetzt macht. Der braucht noch 20 Minuten. Der hat 42%. Haben wir noch irgendeinen Auftrag? Düngen, Feld A. Können wir auch akzeptieren. Wasser damit, Flüssigdünger oder Mineraldünger? Können wir uns kurz Kredit geben? So, ich habe meine 50,000. Ich kann mich nicht mehr auf meine Vallas Horde. Ich meine, der Mod habe ich auch noch mit rausgenommen. So. Dann schauen wir kurz mal hier. Da hast... direkt Nummer. Statt. direkt Nummer 8. Jetzt reizen wir hier schnell den Prügler hinauf, den überholen wir auch noch. Zack, zack. So, da, da. So, da, da. So, da. So, da. So, da. Ich baue gerade mit jemandem aus meiner Community und zwar mit dem Jonathan an einer Map und ja, da werden dann mal Info-Videos darüber folgen und Mapping-Videos werden auch kommen. Ne, das wollte ich jetzt nicht. So meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, schaut zur nächsten Folge vorbei, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.